Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Heute nochmal mit einem echt wichtigen Video. Gestern haben wir ja schon geschaut, was diesen Sonntag passiert mit den Castle Siege. Und heute schauen wir, was passiert danach. Weil es werden noch einige Updates anstehen bis zum Ende des Jahres. Und über einige Sachen will ich heute mit euch sprechen und euch zeigen, worauf ihr euch freuen könnt. Es gibt schon eine Sache, die ist schon bekannt. Oder ja, ganz offiziell bekannt. Eigentlich ist alles offiziell bekannt, aber es wurde ein bisschen ausgeschmückt von NCSoft. Und zwar sind das die Steuer-Liefer-Events, will ich sie mal nennen. Das werden solche Overworld-Events sein, die zu verschiedenen Uhrzeiten kommen oder an verschiedenen Tagen. Das steht nicht fest. Aber dort werdet ihr von A nach B müssen und auf diesem Weg von anderen Gilden überfallen werden. Ich könnte auch mir vorstellen, dass das so ein bisschen in dieses Castle Siege mit reinkommt, dass nur die vier stärksten Gilden das machen können. Die anderen greifen an. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Darum geht es heute auch nicht. Dieses ganze PvP-Ding ist ja eh nicht so das Ding, was ich ganz cool finde. Heute geht es um Tier-2-Dungeons, Tier-2-Equipment, Runen und alles, was damit zu tun hat. Und vor allen Dingen, wann wir das Ganze erwarten können. Wie ihr bestimmt schon wisst, gibt es ja in Korea das Spiel schon seit einem Jahr oder fast seit einem Jahr. Deswegen können wir einfach einen Blick rüber schicken zu Korea und schauen, was da schon draußen ist. Schauen, was dann bei uns kommt und wissen ganz genau, was kommen wird. Auch ohne, dass wir irgendwelche Sneak Peaks oder Nachrichten von NC-Soft brauchen. Und die nächsten Updates oder das nächste große Update, das worauf sich auch alle freuen, werden Tier-2-Dungeons sein, Tier-2-Dungeons-Challenges und der Tier-2-Equipment bzw. Runen. Es wurde aber leider schon gesagt, dass mit Einführung der Tier-2-Dungeons keine Tier-2-Equipment reinkommen wird. Das heißt, das wird zu einem späteren Zeitpunkt reinkommen. Deswegen, wir fangen jetzt mal an und reden über Tier-2-Dungeons. Was meint der Lu damit überhaupt? Ihr kennt ja hier diese Koop-Dungeons und in diesen Koop-Dungeons seht ihr hier einen Stern. Und dieser eine Stern, Dimensionskreis 1 Stern, steht für Tier 1. Das nennt man einfach so, Stufe 1. Und da wird es dann eine zweite Stufe geben, die Tier-2-Dungeons, wo 5 Dungeons reinkommen werden. Ich werde einfach mal Bilder einblenden, das ist immer ganz gut zum Visualisieren. Wo ihr dann quasi auch ganz normal Koop-Dungeons machen könnt. Die Unterschiede ist natürlich einmal der Loot. Wie gesagt, Tier-2-Equipment, was könnt ihr euch darunter vorstellen? Einfach nochmal stärkeren Stuff, der wird nicht reinkommen. Das Equipment, so wie es jetzt ist, wird erstmal bleiben. Was da reinkommt, das zeige ich euch gleich. Die Gegner werden natürlich sehr viel stärker, das Dungeon wird schwieriger. Das merkt ihr daran, dass die Gear-Score-Voraussetzung nicht mehr 1.600, sondern 2.500 ist. Da könnt ihr alle einfach mal selber gucken. Hier in Charakterinformationen, was da links für einen Gear-Score steht. Ihr kennt ja hier mein Armbruchs-Dagger-Bild, da habe ich 2.900 und zum Beispiel beim Stabfoliant habe ich 3.200. Schaut, dass ihr da auf jeden Fall irgendwie 2.500 hinbekommt, um dann die Tier-2-Dungeons mitzumachen. Ich denke, da werden die allermeisten mit Level 50 sowieso schon sein, aber damit ihr das einmal gehört habt. Diese stärkeren, verbesserten und schwereren Dungeons kosten auch mehr Dimensionsmarken. Nochmal zur Erinnerung, maximal könnt ihr 4.500 haben in eurem Inventar oben. Jeden Tag bekommt ihr 900 und ein Tier-2-Dungeon, damit ihr am Ende die Kisse aufmachen könnt, kostet 450 Dimensionsmarken. Wir haben bei Tier 1 300, bei Tier 2 werden es dann 450 sein. Bedeutet, ihr könnt jeden Tag 2 Tier-2-Dungeons machen. Ja, und die Belohnung wird sehr ähnlich sein zu dem, was ihr auch schon in Tier 1 gesehen habt. Genauso wie es ihr hier seht, gibt es manchmal Army-Toys, manchmal gibt es Verwandlungen. Natürlich gibt es Waffen und Rüstungen. Die Chancen auf lila Items werden auch relativ ähnlich sein, aber der seltene Stuff, das ist ja wahrscheinlich auch das, was euch interessiert und was auch mich interessiert, werden für Europa die Rüstungen sein aus den Weltbossen. Also nicht die Waffen, die Waffen, die Waffen, Adentos, zum Beispiel das Greatsword oder irgendwelche Dagger oder irgendwelche Armbrüste oder so von den Weltbossen kommen da nicht rein. Aber die seltenen Rüstungen, wie zum Beispiel die Schattenflücker Maske von Adentos, die werdet ihr dann in so einem Koop-Dungeons auch farmen können. Diese hier zum Beispiel, die gibt es aktuell nur bei Adentos, könnt ihr nirgendwo sonst bekommen und die wird es dann auch in diesem Koop-Dungeons Tier 2 geben. Ob dann die Tier 2 Equipments angepasst werden, wenn wir dann die neuen Items bekommen, das müssen wir mal abwarten. Aber so wird es zu Beginn sein, alles natürlich zu 99%, da kann natürlich immer nochmal was geändert werden, aber so sind die aktuellen offiziellen Informationen. Übrigens werde ich euch alle Infomaterialien natürlich unten in die Bibelgeschreibung packen, damit ihr das Ganze auch nochmal selber nachlesen könnt. Und dann wird es auch noch ein Challenge-Dungeon geben, das bedeutet, diese Koop-Dungeons Stufe 2 wird nicht das einzige sein, sondern ihr werdet hier neben dem Dimensionskreis nochmal so einen Challenge-Dimensionskreis bekommen. Dafür werde ich euch auch einfach wieder ein Bild einblenden. Dort müsst ihr erstmal den Tier 2 Dungeon besiegt haben und eine Minimum Power von 2530 haben, dann könnt ihr dort eintreten. Und wieso sind die interessant? Weil dort wird es Runen geben. Es ist noch nicht ganz sicher, dass das auch sofort mit Tier 2 reinkommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir erst Tier 2 bekommen, dann die Challenge-Dungeons mit den Runen, da müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wenn ihr das schon mal gehört habt, es werden Runen reinkommen, für all die Diablo schon mal gespielt haben, die werden das kennen. Ihr könnt dann Sockel in eure Klamotten machen. Stellt euch also vor, ihr habt ja eine Waffe. Hier meine Armbrüste, in der Waffe könnt ihr zwei Sockel reinmachen, die müsst ihr erstmal mit einem Hammer freiklopfen. Und wenn ihr dann zwei Sockel habt, könnt ihr dort Runen reinpacken. Das sind keine super fancy Runen, sondern es gibt vier verschiedene, die werde ich einmal ablesen, damit ich da nicht durcheinander komme. Rote Angriffsrune, blaue Verteidigungsrune und gelbe Unterstützungsrune. Und genauso wie bei Diablo könnt ihr noch Runen der gleichen Sorte miteinander verbinden, damit die stärker werden. Und ihr könnt mit den unterschiedlichen Runen auch Runenwörter kreieren. Das ist aber Luck-Based. Bedeutet, es kann gut möglich sein, dass ihr zwei Runen zusammentut und das Runenwort schlecht ist. Und ihr das dann nochmal machen müsst, um dann Luck-Based ein gutes Runenwort rauszubekommen. Man hat da schon ein wenig Angst, dass das ganze Pay-to-Win sein könnte, weil diese Runen und auch diese Runenhammer kann man dann im Auktionshaus kaufen bzw. verkaufen. Ist natürlich für den einen gut, der die Sachen verkauft, aber für die, die das vielleicht kaufen wollen, kann das natürlich sehr frustrierend sein, wenn dann irgendjemand direkt beim ersten Mal das krasseste Runenwort bekommt und jemand anderes vielleicht beim 50. Mal noch nicht und man sehr viel Geld für diese Hammer ausgeben muss. Vermutlich kann man diese Runen und auch Runenhammer dann auch durch World-Events, das heißt eventuell durch diese normalen World-Events verdienen. Das müssen wir ein bisschen abwarten. Das kann man immer nicht so ganz sagen, weil sie schon Änderungen von Korea nach Europa bringen, weil die Europäer ein ganz anderes Mindset haben, sage ich mal. Deswegen wurden ja auch schon einige Sachen ein bisschen, na ich will nicht sagen ausgebessert, aber ein bisschen an uns angepasst und deswegen will ich da jetzt nicht sagen, schwarz auf weiß, so wird es sein. Lasst uns da ein bisschen überraschen, aber es wird auf jeden Fall Runen geben mit diesen Challenge-Dungeons, Tier-2-Dungeons und die Tier-2-Equipments. Einfach Equipment, was noch stärker ist als das, was wir jetzt haben, wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt dann geben. Und irgendwann in der Zukunft, da wird es ja nochmal ein gesondertes Video geben, wenn es soweit ist, wird es dann auch Tier-3-Dungeons geben mit dem neuen Maximal-Level von Level 55 und einem Gearscore-Wert Minimum von 3500. Das ist aber noch extreme Zukunftsmusik, aber allein einfach, dass ihr es mal gehört und gesehen habt, so sieht das Ganze aus und da die Kosten für einen Dungeon beträgt 900 Dimensionsmarken. Also nochmal zur Erinnerung, Tier-1, das was wir jetzt haben, 300, Tier-2 450 und Tier-3 könnt ihr dann einmal am Tag machen. Wird natürlich sehr viel schwerer sein und nur für die Top-Top-Top-Leute mit einem heftigen Team, aber das könnt ihr dann einmal am Tag machen, dementsprechend ist natürlich auch die Belohnung besser. Noch eine Kleinigkeit, die hatte ich eben vergessen, bei den Tier-2-Dungeons handelt es sich um abgeänderte Tier-1-Dungeons plus ein komplett neues Karnix. Also Todesabgrund fällt weg, die anderen vier werden quasi schwerer gemacht und stärker gemacht und dann gibt es nochmal ein neues. Ich muss sagen, von allen Updates, die wir bisher so bekommen haben, freue ich mich darauf am meisten. Das Halloween-Event war schon echt cool, aber war halt auch nur ein Event. Tier-2-Dungeons wird echt cool, vor allen Dingen, wenn man vielleicht auch mal 3-4 Tage nicht spielt, kriegt man dann seine Dimensionsmarken auch schneller weg für noch besseren Loot. Und ich gehe immer stark davon aus, ich weiß das nicht, aber dass die Schattenpflücker-Maske, eine der sehr seltenen Drops bei Bossen, dann ein 2% Drop wird. So wie es hier gerade auch in Tier-1-Dungeons ist, wie hier zum Beispiel der Platte des Feldgenerals, wird das dann 2,3% Chance Koop-Dungeons bei den Tier-2-Dungeons sein. Aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich freue mich da extrem drauf. Ende November, Anfang Dezember, da ungefähr wird das sein. Wird also echt nicht mehr lange dauern, freue ich mich extremst drauf. Wenn ihr nichts zu Stron & Liberty verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Diesen Sonntag findet ihr das KSCG-Event statt, wenn ihr da live dabei sein wollt, einfach mal Twitch abchecken. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über ein Like auf die Video freuen und sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.